800 Euro Benzin, holy fuck, echt, da lohnt es sich ja gar nicht mehr auf dem Land zu nehmen. Also klar, in der Großstadt ist es viel teurer, aber da brauchst du halt kein Auto. Gibt es heute Sanky-Analysen? Ja komm, hauen wir noch ein Sanky raus, oder? Hi liebes Finanzlos-Team, hi Thomas, hi Chat. Das ist genau in der richtigen Reihenfolge, Finanzlos-Team, das sind die ersten, die das sehen, um hier diese Slides zusammenzustellen, dann hi Thomas und dann hi Chat. Oder auch umgekehrt, hi Chat, hi Thomas, finde ich gut. Ich bin 23 und wurde dieses Jahr verbeamtet. Ich lebe zur Zeit noch bei meinen Eltern und zahle aber monatlich einen Beitrag, der als Miete und zum Ausgleich der Nebenkosten zählt. Außerdem beteilige ich mich bei der jährlichen Betankung unseres Heizöltanks. Ich bin mal gespannt, wie viel das ist, weil letztes Mal hatten wir mal ein Budget, da waren Heizölkosten von 400 Euro im Monat, das fand ich krass. Und dann haben wir ausgerechnet, wie viel das ist und dann scheinbar ist das wirklich so die Größenordnung, also crazy. Bevor es mit dem Budgetcheck weitergeht, hast du dir schon mal überlegt, wie du dein eigenes Budget visualisieren könntest? An dieser Stelle könnte nämlich der Sponsor dieses Videos, nämlich Finanzguru, die richtige Lösung für dich sein. Mit Finanzguru erhältst du einen klaren Überblick über deine Finanzen. Das geht, indem du dein Girokonto, Depot, deine Kreditkarten oder deine Kryptobörse einfach mit der App verknüpft. Deine Einnahmen und Ausgaben werden dann automatisch kategorisiert und übersichtlich angezeigt. Und sobald du dein Konto verbunden hast, zeigt die App dir auch all deine Verträge an, sowas wie Handy, Energie oder Versicherungen. Überflüssige Verträge können dann sogar direkt mit einigen Fingertipps rechtssicher aus der App gekündigt werden. Die Finanzguru App ist an sich dauerhaft kostenlos, aber mit Finanzguru Plus hast du weitere hilfreiche Features. Dazu gehört zum Beispiel das frei verfügbare Einkommen. Somit weißt du jederzeit ganz genau, wie viel Geld dir noch bis zur nächsten Gehaltszahlung übrig bleibt. Oder smarte Budgetvorschläge. Damit kannst du dir für verschiedene Lebensbereiche klare Budgets setzen. Das ist besonders praktisch für Kategorien wie beispielsweise Lebensmittel, Shopping, Tanken und so weiter. Außerdem hast du Zugang zu tiefer gehenden Analysen. Damit kannst du dir rückwirkend dein Kaufverhalten anschauen, finanzielle Verhaltensmuster erkennen und optimieren. Normalerweise können Neukunden Finanzguru Plus sieben Tage lang kostenlos testen. Aber mit dem Code Finanzfluss bekommst du Finanzguru Plus sogar ganze drei Monate lang kostenlos. Dazu musst du einfach nur die App downloaden, deine Konten verknüpfen und im Reiter Mehr in der App den Code Finanzfluss eingeben. An dieser Stelle nochmal einen großen Dank an Finanzguru für den Support und jetzt weiter mit dem Video. Ich habe mich immer schon für neue Innovationen interessiert und vor allem das Thema Krypto hat mich sofort gecatcht. Habe schon vor circa vier Jahren davon gehört und gefühlt jeden Coin investiert. Oh, warum hätte ich das jetzt nicht so negativ ausgewirkt? Aber mit der Zeit merkt man, wie viel Müll es eigentlich gibt. Ja, ganz klar. Kurz und knapp, ich bin am Ende durch meine Shitcoin-Phase und nach hunderten Stunden Research doch beim Bitcoin geblieben und bin absolut überzeugt von diesem Investment. Deshalb gehe ich mit meinem hoffentlich sicheren Job als Beamter all in auf Bitcoin. Ja, der ist natürlich gut, wenn dein Job sicher ist, aber deine Investitionen müssen ja später deine Rentenlücke schließen, deine Vermögenssteigerung und da ist es extrem riskant, alles auf Bitcoin zu investieren. Also wirklich, also Bitcoin ist eine Spekulation. Ich persönlich investiere auch in Bitcoin, aber Bitcoin aus heutiger Sicht ist die Spekulation darauf, dass Bitcoin in Zukunft einen Use Case hat. Heute hat Bitcoin keinen Use Case. Das muss man halt wissen. Darauf das gesamte Vermögen zu setzen, schwierig. Ist halt wirklich eine Spekulation. Tut dir doch einen Gefallen und streue. Auch das muss ja nicht mal so klar. Aktien sind am einfachsten zu streuen, haben die beste langfristige Rendite. Aber dann kauf dir vielleicht noch eine Immobilie oder so, weißt du, wenn du keine Aktien damit, also keinen Bock drauf hast. Meine monatlichen Ausgaben habe ich in Ensenki so genau wie möglich angegeben und einen Durchschnitt der letzten sechs Monate genommen. Berechnet aus Haushaltsbuch und Excel. Das ist cool. Finde ich cool, dass du sowas führst. Die monatliche Sparrate ist in den meisten Fällen auch höher. Ich habe kein genaues Ziel. Eventuell in einigen Jahren die Arbeitszeit auf zum Beispiel 50% kürzen. Bin soweit zufrieden und hoffe, dass diese Strategie noch weiterführen zu können. Ja, ist gut. Also erstens mal cool, dass du deine Shitcoin-Phase hinter dir gelassen hast. Das ist natürlich erfreulich. Nichtsdestotrotz würde ich jedem natürlich davon abraten, alles in Bitcoin zu investieren. Das ist wirklich riskant. Kann natürlich gut gehen, aber es kann auch gut gehen, alles auf ein Zocker-Zertifikat, eine Sektorwette, eine Einzelaktie zu investieren. Das ist halt alles mit hohem Risiko verbunden und Bitcoin ist da absolut nicht von ausgeschlossen. Entschuldigen Gefallen von daher und Devisifizier es. 2000 Euro kommen rein. Netto Cash auf die Kralle jeden Monat plus 250 Euro zusätzliche Einkünfte. Wohnen 450 Euro, 350 Miete gehen an die Eltern plus 100 Euro Kontribution am Heizöl. Ja, damit sehen wir halt schon, Heizöl ist halt echt crazy teuer. Wenn du mal überlegst, also es ist ja nur ein Anteil von der Miete. Also 450 Euro bezahlter, passt. Fixkosten. Lebensmittel 250, Autorücklagen sind 100 Euro. Das ist schon mal gut. Weiß nicht, ob er ein Auto hat. Das werden wir sehen, wenn er Benzinkosten hat. Doch, hat er ja. Handy, Internet 200 Euro. Okay, krass. Das heißt, er muss einen krassen Tarif haben und dann gleichzeitig das Handy auch noch mit dem Tarif drin haben. Aber 200 Euro? Warte mal. So ein neues iPhone kost was? 1000, 1200 Euro oder so? Je nachdem, welche Version du nimmst. Also wenn du dieses Pro nimmst, alles drum und dran. 1200, das heißt in sechs Monaten hättest du das zurückbezahlt. Unlimited Flat plus neues Handy. Ja gut, das haut so rein, ja. 200 Euro, ja. iPhone Pro Max für 1,5K plus 30 GB Daten Telekom plus DSL 250 Telekom. Da kommt man an die 200. Unity, ich danke dir fürs Nachforschen, wie du auf die 200 kommst. Hat er keine Krankenversicherung zu zahlen als beihilfeberechtigter Beamter? Vielleicht hat er die gleich vom Netto abgezogen. Kann natürlich sein. Also klar, die muss er natürlich selbst bezahlen, aber vielleicht hat er die von seinem Nettogehalt gleich abgehen lassen. Ja, die Krankenversicherung. Guter Punkt. Oder er ist nicht privat? Musst du als Beamter privat sein? Nee, du kannst auch gesetzlich versichert sein, oder? Da bin ich gerade überfragt. Haut's gerne mal in den Chat, ob man als Beamter auch nicht privat versichert sein kann. ING-Konto 99 Cent im Monat. Das ist so ein Pluskonto sehr wahrscheinlich. ING wird die Girocard sein. Die Girocard kostet jetzt 99 Cent bei der ING. Das ist ja spannend. Das wusste ich nicht, ja. iCloud 99 Cent. Netflix anteilig 6,99. Das teilt er sich sehr wahrscheinlich. Spotify 9,99. Amazon Prime 7,99. Hund Rücklagen 30 Euro. Das ist ja nicht spannend. Was legt man für den Hund zurück? Weil ich hätte ja gesagt, das sind ja Kosten. Also Kosten für den Hund macht schon Sinn. Oder vielleicht sind es 30 Euro Rücklagen, um dann 360 Euro im Jahr irgendwas zu bezahlen. Beispielsweise Tierarzt oder ja. Haus Rücklagen 50 Euro. Benzin, das ist schon relativ teuer. 360. 360 Euro Benzin haut natürlich rein. 360 Euro für Benzin ist nicht viel. Okay. Ich habe ca. 800 Euro Benzin. Holy fuck. Echt. Da lohnt es sich ja gar nicht mehr auf dem Land zu nehmen. Also klar, in der Großstadt ist es viel teurer, aber da brauchst du halt kein Auto. Kleidung 20 Euro. Das ist natürlich sehr, sehr günstig. Also 20 Euro, ja. Das sind 240 Euro im Jahr. Das hat er vielleicht ein bisschen unterschätzt, oder? Hätte ich mal gesagt. Sonstige 30 Euro, ja vielleicht ist es dann. Cash 100 Euro. Okay, was gespart wird. 750 Euro spart er. Wow, diese Sparquote ist immer geil. Diese Sparquoten finde ich immer, finde ich immer toll. Von hier 750 Euro geteilt durch 2250 Euro. 33 Prozent Sparquote. Auf den Cent, genau. 100 Euro Cash. 600 Euro in Bitcoin jeden Monat. Und 50 Euro in unbenannt 18. Da das wäre jetzt wahrscheinlich nicht benannt. Ja, hier würde ich empfehlen, von Bitcoin vielleicht ein bisschen was wegzunehmen und woanders rein zu investieren. Genau. Ansonsten, ja, spannendes Portfolio. Congrats für die krasse Sparquote von 33 Prozent. Achte darauf, dass du nicht alles verlierst, dadurch, dass alles, was du gespart hast, in Bitcoin gecrashed ist. Ich finde es ein cooles Projekt, Bitcoin, muss man sagen. Aber nicht so cool, dass ich dort alles dran setzen würde und meine gesamte Sparquote da rein. Das ist für mich viel zu riskant. Weil Bitcoin kann failen. Bitcoin kann definitiv failen. Denn Bitcoin ist auch derzeit auf einem Weg, den ich nicht als sehr erfolgsversprechend einschätzen würde. Weil es gibt halt einfach keine Projekte. Also ich kenne kein Projekt, was erfolgreich umgesetzt wird. Ich war in der Zeit überdeutsch, habe es mir angeguckt. Es ist ein Fail. Es ist ein totaler Fail. Bitcoin selbst. Der Move, dort Bitcoin als Währung einzuführen, das fand ich smart. Weil es hat sehr viel Tourismus dort eingeführt. Cool. Ja. Schönes Portfolio. Hat Spaß gemacht, ihr Lieben. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen? Ihr seid bei den Portfolios ja immer zigmal besser als ich unterwegs. Weil ihr da Dinge rauslest. Beispielsweise, ja, Versicherung, habt ihr recht, ist keine, BU und solche Sachen. Der Kollege ist über die Eltern versichert. Ah, danke Konstantin. So, jetzt aber. 23 Jahre. Ja, das kann auch sein, dass er noch über die Eltern versichert ist, wenn er dort wohnt. Das war soweit auch schon der Sanky-Chart von einem unserer Community-Mitglieder. Wenn du dir selbst so einen Sanky erstellen möchtest und dein monatliches Budget einmal visualisieren willst, findest du unten in der Videobeschreibung den Link zu unserem Sanky-Rechner. Und wenn du möchtest, dass wir uns den gemeinsam im Stream einmal anschauen mit der gesamten Community, dann findest du auch dort einen Link, wo du uns den Sanky zuschicken kannst. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dann wirst du informiert, wenn wir nochmal live hier auf Überfluss sind.